Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Far Cry 4 liebe Freunde und es geht an der Stelle wo wir gestern abgestürzt sind weiter denn ich werde jetzt einfach hier auf diesem Ding da landen am besten und wir werden den Rest laufen so unterstützt man nicht ab natürlich wieder diese scheiß Rotoren in die Fresse und ja es ist schön dass das Chakrila jetzt irgendwie weg ist müssen wir jetzt hier rein damit oder ja ja okay Ort entdeckt ja da wären wir wieder beim letzten Chakrila liebe Freunde und ich kann mir mal vorstellen dass wir jetzt gegen dieses Riesen Viren treten müssen und naja werden wir mal sehen ich muss kurz was trinken Chakrila letztes Chakrila liebe Freunde und ich habe mir schon wieder den Arsch breit gesessen jetzt müssen wir wieder den Arsch werden Ich glaube, dass es ein paar Hände gibt und die Hände gibt. Es ist eine kleine Hände gibt. Und so. Was ist denn der Nettron? Was ist denn der Nettron? jetzt können wir wieder verhindern ja ich muss noch etwas machen wow was müssen wir denn hier machen ja 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 Fuck man, jetzt habe ich nicht mehr an die Höfe Ah, okay wir müssen ins Maul schießen Ah, es sind keine Feile mehr Feile, 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 Feile Heile! Komm schon! Komm, heilen! Knack, Finger weg! Wup, wup, wup! Wup, wup, wup! Wup, wup... Boah, wenn er noch die ganz großen haben... ...leppisch das hat... Wieso man denn bei dem ganzen Viehscheißzeug... Das ist ein Schreck? Okay, ich will wirklich bei dem Typen bleiben, ne? Ich hab' beigeschissen. Boah, Alter, Entschuldigung, meine Fresse, was soll man denn das scheiß Finkeln? Komm. Okay. Bäm, haha. Bäm. Bäm. Hey, Thomas. Was geht denn jetzt ab? Wollt. Ah, jetzt kann man hier die Glöcke lösen, oder? Wann haben wir? Das ist scheiß viel. Was soll das machen? Die Tiger. Ich setze die Tiger ein. Ah, okay. Hör die Fässer. Boah, ist das ein Tiger-Toad? Und wieder. Zack. Nachdem du den Tiger losgeschickt hast, schieße den Rekstern ins Meilen. Los. Ich kann schon. ich bin ich bin schon wieder bei feindelers nein ich sterben jetzt nein ach das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein aber was ist das für ein drecks wir hatten so schön gehabt es ist eigentlich alles noch mal verfahren ich finde es jetzt ab der stelle an ja 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 Boah, der lässt sich aber los. Ich stelle... Schnell! Meine Fresse, ey, jedes Mal. Jetzt wird es aber lange mal ein bisschen grimmig. Ach, zu wenig Schwung. Trägt es viel. Ach, du Sau. Komm, knack dich deinen Fingermann. Woh, 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 woh. Nein. Ach, fuck, Mann. Boah, wie soll denn das jen? Alter. Ich glaube, dass wir hier weitermachen an der Stelle, wo wir... Ja. 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 da lässt sich richtig viel auf mich lösen Ich weiß nicht, was du da ist. Ich weiß nicht, was du da ist. Wow! Was ist denn? Komm da! Komm da! Komm da! Komm da! Komm da! Komm da! Ich glaube, ich lebe es. Ich habe wieder ein paar Fehler in den Sacken. Fuck! Mann! 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 Komm! Neu, setz dein mal da! Was ist denn jetzt los? oh ich bin hier nur am killen das ist ja wahnsinn und check dein maul so ein drecks viel dann fuck lauf doch mal schneller Oh nein, 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 komm, 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 komm. Das ist nichts viel. Boah. Warte. Scheiße, es lag rum. Komm, flieg, 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 flieg. Genau. Boah, ein kleines Stöp, das stößt weg. Nein, er ist tot an der Reise. Ach, du Scheiße. Komm, 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 komm. Ach, Mann. Boah. Alter, hier ist was los. Komm, schrei. Oh nein. Zack. Boah. Komm, 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 komm. Oh, fucker, schießt. Oh, fucker. Oh, fucker. Whoa, 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 whoa. Oh. Komm schon. Schützt du dich ab, du Drecksvieh. Oh. Halten. Schnell, schnell, schnell. Mach doch mal das Feuer weg. Ich muss einfach halten. Komm, das ist mein Schuss. Oh. Oh, fuck. Oh, nein. Oh. 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 Oh, nein. Oh. 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 Diese Stecksbiest, Alter. Oh. Oh, das schießt schon wieder. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Komm. dass ich mich nicht verletzen kann. Ich frage mich zu fragen. Kanina, du sagst dir die Shangri-La. Aber es ist so, dass ich sie nicht verletzen habe. Dass ich mich nicht verletzen kann. Das ist die Wahrheit. Das war eine schwere Geburt, dieses Drecksbiest. Aber wir haben es geschafft. Aber wir haben es geschafft, lieben Freunde. Wow. Ja. Boah. Sehr geil gemacht. Und sehr schwer. Schön knaubelig, sauer so. Hat schon dran zu beißen gehabt an dem Vieh. Ja. Und somit haben wir das Ding voll. Die ungemalte Zukunft, meine lieben Freunde. Wir haben diesen Teppich voll. Yeah. Okay. Ja. Und falls ihr euch wundert, dass ich jetzt irgendwie keine Trophäen oder so bekomme. Ich weiß nicht, ob ihr da Trophäen bekommt. Das liegt daran, dass ich die Trophäen ausgeschaltet habe. Beziehungsweise das ist die Anzeige. Ja. Aber egal. Wir müssen die Partys beten, liebe Freunde. Und es war auf jeden Fall geil. Wir haben das Vieh besiegt. Das letzte Schankreier. Und im nächsten Part gehen wir dann auf. Zum Endspurt sozusagen. Zu den letzten Kampagnen. Und ja. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Schausen.